Die österreichischen Tischtennismeisterschaften fanden in diesem Jahr erstmals in Bruck an der Muhr statt. Die Hannes-Bammer-Sport-Halle bot den baffenden Rahmen für diese Veranstaltung. Im Wienbewerb ging die Steiermark bei den Burschen und bei den Mädchen als Sieger hervor. Ivana Jakic zeigte großartige Leistungen und war schlussendlich die beste Bruckerin. Ich spiele sehr gern Tischtennis und schon seit drei Jahren. Es macht mir so viel Spaß und ich bin schon oft durch Österreich gekreist. Wir haben auch fast jedes Wochenende Turniere. Den Sommer fliege ich nach Estland, nach Tallinn zu einem internationalen Turnier. Da werden wir sehen, was mich dort erwartet. Ich finde es auch ganz lustig dort zu spielen und wenn man auch etwas gewinnt. Und bei der Siegerehrung dabei zu sein, ist auch immer ganz lustig. Und ja, ich finde es einfach toll.